Servus und Willkommen bei Zukunftsmacher aus der Villa Lessing. Heute mit dem Thema Freiheit beginnt beim Ich und ich freue mich auf die Buchautorin und Weltchefreporterin Anna Schneider. Hallo. Hallo. In diesen Zeiten der Stapelkrisen haben viele Menschen das Gefühl, dass der Staat immer stärker in ihr Leben eindringt und sie bevormundet. Das heißt, das Prinzip der Selbstverantwortung stärker in den Hintergrund gerät. Und wie sehen Sie das anhand Ihres Buchs, die Freiheit beginnt bei mich? Ja, also ich muss mal gleich vorweg sagen, ich habe schon, als ich meinen Titel festgelegt habe, der ja eigentlich auch der Titel eines Textes war, der schon in der Corona-Zeit erschien, einiges an Missgunst erfahren und da wundere ich mich schon sehr. Also dass wir uns inzwischen offensichtlich nicht mal mehr auf die banale Tatsache einigen können, dass die Freiheit beim Ich beginnt und nicht beim Wir. Wobei, wenn man darüber nachdenkt, das eigentlich irre ist, weil man jedes unserer Grund- und Menschenrechte bezieht sich aufs Individuum und nicht auf ein Kollektiv. Also irgendwie ist es schon ein ganz eigenartiger Debattenstand, wenn man für das Ich streiten muss, ohne irgendwie des groben Egoismus bezichtigt zu werden. Jetzt ist natürlich die zentrale Frage, braucht denn jeder Bürger einen starken Staat? Oder inwiefern ist das Ich auch noch in der Lage, selbstbestimmt zu handeln und zu agieren? Also ich bin ja der Meinung, kein Bürger braucht den starken Staat. Es braucht jeder irgendwie insofern den Staat, dass er überleben kann, wenn er es allein nicht schafft. Und das ist insbesondere in Notsituationen der Fall. Aber ansonsten sehen wir, und ja, auch insbesondere in Deutschland, schon eine sehr große Verbots- und Gehbotsliebe, die ja nicht stärker hervortreten konnte als zum Beispiel in Corona-Zeiten. Also wenn man das rückblickend betrachtet, was man da eigentlich schon in semi-autoritärem Stil angeordnet bekommen hat, das kann einen eigentlich rückblickend nur Schaudern machen. Und da sieht man ja auch, wie wenig irgendwie die Entscheidungsträger, also als Politiker, die ja der Staat sind, also die zumindest regieren, wie wenig die eigentlich den Einzelnen zutrauen, dass er mündig und eigenverantwortlich handelt. Und ich fürchte, das ist nicht so leicht wieder zurückzudrehen, weil wir schlittern ja gerade von einer Krise in die nächste. Und da kann man ja nicht wirklich diesen Freiheitsmuskel trainieren, den ich schon bei jedem Menschen vermute. Wie können wir denn nach Ihrer Auffassung nach genau diesen Freiheitsmuskel passend trainieren? Ja, einerseits muss man sich eben selbst bewusst werden, dass nicht jede Entscheidung von jemand anderem getroffen wird, sondern dass man eigentlich in erster Linie und ganz grundsätzlich mal seines eigenen Schmiedes Glück ist, seines eigenes Glückes Schmied, Entschuldigung, aber auch, da geht es nicht mal nur um Glück, da geht es um eigentlich ganz grundsätzliche Lebensentscheidungen. Also wenn man sich bewusst macht, dass man ein Individuum ist, das irgendwie mehr zwischen den Ohren hat als Luft, ist das schon mal die erste Erkenntnis. Und die zweite wäre dann, nicht alles, was einen der Staat oder irgendwelche Politiker sagen, was gut für einen ist, muss auch genauso stimmen. Also in diesem Sinne sollte man natürlich auch die wählen, von denen man glaubt, dass sie einem die meiste Freiheit abgeben oder belassen, sagen wir es so. Ist das an der Stelle ein Appell in Richtung Liberalismus? Ja, natürlich. Ich meine, der Untertitel meines Buches ist ja Liebeserklärung an den Liberalismus. Es ist zwar eine negative Bestandsaufnahme, aber ja trotzdem auch ein Loblied an die Freiheit und den Liberalismus, der in meinen Augen zumindest immer ein Individualismus ist. Was verstehen Sie in diesem Zusammenhang, was Sie in Ihrem Buch dann beschreiben mit dem Thema der Unsinn einer liberalen Partei? Ich frage mich das so ein bisschen, oder? Also es steht irgendwie in Klammern vom Unsinn einer liberalen Partei. Weil ich mich regelmäßig frage, also wir gehen ja immer davon aus, dass das Ziel jeder liberalen Partei ist, so wenig Staat zu haben wie möglich. Oder zumindest auch so wenig Politik und damit Verbote etc. wie möglich. Und das ist irgendwie das bisschen das Kreuz im Kopf, das sich dann logisch ergibt. Sollte so eine Partei eigentlich dann in der Regierung sitzen und selbst die Geschicke leiten, wenn sie es alleine könnte? Klar, weil dann würden wir wahrscheinlich in einem sehr viel natürlich liberaleren Staat leben. Jetzt ist es aber momentan so, in dieser Ampel, wie wir alle wissen, dass die kleinste liberale Partei zusammen mit zwei großen linken Parteien regiert und dass die eher sehr staatsgläubig sind und sich das in ganz vielen Punkten nicht ausgeht, sehen wir ja auch gerade live am laufenden Band. Also frage mich regelmäßig, ob Christian Lindners größter Dienst an die Freiheit nicht war, als er damals die Jamaika-Regierungsverhandlungen gesprengt hat mit dem Satz, es ist besser nicht zu regieren, als schlecht zu regieren. Jetzt stellt sich aber mir die zentrale Frage, wie schaffen wir es denn, jeden Bürger in Deutschland noch mal ein Stück weiter auf dieses Prinzip der Selbstverantwortung hin zu sensibilisieren? Ich habe da ein bisschen, wie gesagt, mein Vertrauen darin verloren, dass man sich Vorbilder zum Beispiel eben in der Politik nehmen kann. Deswegen glaube ich, liegt das wirklich an jedem Einzelnen. Also ich stelle mir jetzt nicht in die erste Reihe und sage, ich erkläre euch jetzt, wie Freiheit geht, weil das muss am Ende jeder für sich selbst wissen. Aber es fehlen eben doch ein bisschen so die die Positivbeispiele, oder? Da hat eben Ludwig von Mises diesen schönen Satz gesagt, in nichts sind sich die Deutschen so einig wie in ihrem Hass auf den Liberalismus. Also, dass der Liberalismus einen schlechten Stand hat in diesem Land, das ist ja leider gar nichts Neues. Aber das verstehe ich eigentlich überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen. Weil ich glaube, dass jeder, der sich einmal in diese Situation begeben hat, zu schauen, wie ist das eigentlich, wenn ich frei bin, wie ist das, wenn ich meine eigenen Entscheidungen treffe und wie ist das, wenn ich darauf vertraue, dass das, was ich entscheide, auch richtig für mich ist. Ich glaube, dann geht eigentlich gar kein Weg mehr zurück, weil man kann, glaube ich, seine innersten Möglichkeiten nur freisetzen, wenn man frei ist. Ja, klingt logisch. Aber es ist wesentlich viel schöner als Lebensgefühl, als irgendwie die ganze Zeit nur unter irgendwelchen Vorschriften irgendwelcher Politiker zu stehen. Oder auch der Gesellschaft natürlich. Was macht denn in Ihrem Buch Ayn Rand zu Ihrer persönlichen Freiheitsheldin? Ja, Ayn Rand, die ist ja ein sehr special Charakter, muss man so sagen. Kennt man in Deutschland ehrlich gesagt kaum. Tatsächlich auch unter Intellektuellen. Was sehr spannend ist, weil in Amerika hat die Frau Bücher verkauft. Das ist Wahnsinn. Also die zweitmeistverkauften nach der Bibel. Die ist wirklich eine brutal liberale im besten Sinne. Und die versucht auch, Wörter, die natürlich komplett verschrien sind, umzudefinieren. Zum Beispiel sagt sie, dass Egoismus per se nichts Schlechtes ist. Damit meint sie nicht eben Rücksichtslosigkeit. Damit meint sie, dass jeder sich zuerst um sich selbst kümmern muss, bevor er sich um andere kümmern kann. Und das meine ich auch mit diesem starken Ich. Erst weil er ganz bei sich selbst ist und irgendwie mit sich selbst und seinem Leben und seinen Entscheidungen klarkommt, ist auch eine starke Persönlichkeit, die dann wiederum anderen helfen kann, wenn sie es will. Und die war natürlich auch eine Lobredigerin des Kapitalismus, weil sie natürlich komplett an den freien Markt und die Ideen dort glaubt. Und die hat so viele Sachen geschrieben, schon vor Jahrzehnten, die man perfekt jetzt eins zu eins von unserer vor allem auch gesellschaftspolitischen Entwicklungen anwenden könnte. Was ist das, was Sie sich für die deutschen Bürger wünschen, dass wieder etwas mehr Freiheit beim Ich beginnt? Ja, das ist tatsächlich das, was ich mir am meisten für die Deutschen wünschen würde. Ich sehe es nur aktuell nicht ganz passieren, weil tatsächlich hat, um es nochmal zu sagen, während der Corona-Krise sich auch ganz viele liberale Intellektuelle dermaßen schwierig zu diesem Thema geäußert haben. Also wenn man dann so Dinge liest wie die individuelle Freiheit steht nicht über der kollektiven Freiheit. Nochmal, das ist ein Wort, das es nicht gibt. Ein Kollektiv kann keine Freiheiten haben. Und das wurde aber einfach so hingenommen und sehr wenig Gegenrede passiert. Und ja, Gegenrede von zum Beispiel Corona-Lagern und so, aber da muss es ja noch einen Mittelweg geben. Also, dass man auch in Krisenzeiten darauf vertraut, dass der Einzelne irgendwie Dinge besser selbst für sich entscheiden kann. Stichwort Corona-Impfung zum Beispiel. Da würde ich mir sehr wünschen, dass das irgendwie den Deutschen mehr bewusst wird, weil wenn man das vergisst und das aufgibt, dann verliert man ja am Ende wirklich das Größte, das man hat. Und das ist die menschliche Freiheit. Genau, wie die Deutschen an der Stelle vielleicht wieder ein Stück weit mehr Freiheit für sich gewinnen können, darüber werden wir mit Anna Schneider intensiv sprechen und diskutieren, und zwar am 8.12. bei der Villa Lessing bei Zukunftsmacher war es das heute. Vielen Dank an der Stelle Anna Schneider mit dem Thema Die Freiheit beginnt bei mich.